Was die Gehaltserhöhung betrifft, über die wir vor einigen Wochen gesprochen haben, hätten Sie Zeit, darüber zu sprechen? Schau, Lucy, du gibst einfach nicht alles. Deine Leistung ist katastrophal. Wie soll ich dir deine Gehaltserhöhung geben? Was soll das heißen? Ich gebe nicht alles. Ich habe dreimal mehr Umsatz geliefert als Jeremy und verdiene buchstäblich die Hälfte. Also ich bin ihre beste Mitarbeiterin. Jeremy ist ja auch ein Mann. Was? Nichts. Ich will damit nur sagen, dass Jeremy nicht dreimal pro Monat fehlt, weil er seine Tage hat. Und schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was? Ich habe gerade 500.000 bei Bravo Lotto gewonnen. 500.000? Bravo Lotto, was ist das denn? Bravo Lotto ist eine supercoole App, bei der man Tabellen ausfüllt und sie machen jeden Tag mehrere Reziehungen. Und das Coolste ist, ist, dass es kostenlos ist. Und dort habe ich gerade 500.000 gewonnen. Und du, du sexistisches ******, ich ****** dich und deine Gehaltserhöhung. Aber... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.